Ah, das ist so ähnlich wie das andere mit dem... Das sind ja schon drei. Und hier sind es drei, hier sind es zwei, da... Fange ich mal von der Mitte aus an. Ich sehe es, wenn ich das jetzt einfach so straight so versuche. Dann blinken hier schon überall mal zwei. Das ist vermutlich sehr ungeschickt. Gut, dann hätten wir hier... Also hier hätten wir dann... Drei für das, zwei für das. Eins für das, zwei hier. Wenn ich jetzt da noch eins mache, dann habe ich drei hier, zwei hier. Wenn ich hier eins mache, dann habe ich eins hier, eins... Ne, zwei hier. Dann müsste ich hier, dann hätte ich hier zwei und hier drei. Dann wäre die Reihe komplett. Wenn ich jetzt hier klicke, dann hätte ich für das jeweils eins. Für das alles jeweils eins. Wenn ich hier klicke, wenn ich hier klicke, hätte ich die beiden kompletten. Wenn ich hier klicke, dann hätte ich die beiden kompletten. Sehe ich das richtig? Das ist komplett, das ist komplett, dann habe ich hier drei. Wenn ich jetzt das mache, dann habe ich hier zwei. Hier habe ich jetzt drei, hier habe ich eins. Das mache ich da drei, da zwei. Und... Da habe ich zwei, da habe ich zwei. Da habe ich auch zwei, ich habe mich jetzt schon verbaut. Jetzt muss ich mal lieber von oben nach unten. Hier habe ich drei, hier habe ich zwei. Hier habe ich zwei. Da mache ich jetzt drei. Da habe ich bisher eins. Hier habe ich jetzt zwei. Hier habe ich jetzt drei. Da habe ich jetzt drei. Da habe ich drei. Da habe ich drei. Da habe ich zwei. Wenn ich das so mache, dann kann ich hier noch eins hinsetzen. Ich bin hier zwei. Hier zwei. Jetzt drei, das passt schon wieder nicht mehr. Ich bin nicht hier. Ich kann es mir hinsetzen. Ich kann es mir hinsetzen. Da könnte ich noch. Da. Ich schätze zwei, da habe ich eins. Jetzt mache ich hier zwei. Hier hatte ich zwei. Die können aber auch hier, dann habe ich da zwei. So, hier zwei. Ich habe da keine drei mehr. Was soll ich das da machen? Oh, hier zwei, 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 zwei. Drei, zwei. Ich nehme mich nur drei. Das hier so machen. Das muss einmal komplett rum. Habe ich hier drei. Wenn ich das jetzt mache, habe ich drei. Drei. Eins, zwei. Zwei. Drei. 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 Durch hier drei. Durch zwei. Durch hier drei. Durch zwei. Ich lasse wegnehmen und dann da hinmach. Schön, dass zwar hier, aber dann hier nicht mehr. Das muss ja einmal komplett rum. Das muss ich jetzt vielleicht von hier aus machen sollen. Na, gucken wir mal. Okay, wenn ich das jetzt da hinmach und das da wieder weg. Ich kann aber auch das wegmachen und das da hin. Hier drei. Hier drei. Zwei. Zwei. Drei. Drei, drei. Zwei. Zwei hätte ich dann aber drei. Ich würde es doch eher so machen, aber hier fehlt mir dann. Was? Ich habe eins zu viel. Ich will ja auch gerade ein bisschen die Übersicht, muss ich gestehen. Also hier fehlt mir jetzt aber wieder eins. Was soll ich das jetzt so machen? Dann drei. 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 Zwei. Da habe ich zwei. Ich brauche hier aber drei. Ich habe mich da hinsetzt. Da habe ich zwei und zwei. Hier habe ich drei. Da habe ich zwei. Dann müssen wir jetzt zwei. Dann muss ich das jetzt wieder wegmachen. Hier habe ich auch nur zwei. Was mache ich denn? Ist er weg? Das wäre hier. Ich habe gerade echt die Übersicht auch verloren. Ich würde das wieder gerne alles mit einem Knopf wieder resetten. 2 habe ich zwei, da habe ich drei. Da habe ich drei. Was will ich jetzt so machen? Ich. Gut. Ich sage, wir fangen von der vier an. Weil das ist die einzige, wo ich halt komplett drumrum muss. Da hätte ich hier schon zwei. Hier habe ich eigentlich, wenn ich das jetzt so mache, habe ich hier zwei. Ich habe drei und hätte ich hier zwei. Das ist jetzt hier oben. Hier drei. Was soll ich jetzt so machen? Hier drei und hätte ich zwei. Hier. Hier zwei. Ich mache das so. Was scheiße wäre, weil dann ist das hier nicht mehr. Kannst du dann da hin machen. Hier drei. Drei. Zwei. 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 Das ist fertig. Das muss ich jetzt so machen. Das ist fertig. Ich mach das mal so. Hier fehlen mal 3. Habe ich auch 3, 3, 2. Also mach das mal so. Und... das ist das mit der Flügel zuvor. Ich habe das mit dem F auf einem Buz trop liegen. Ich mache meine Geschmarrn. Ich nehme es so. Was finde ich dann? Da habe ich jetzt zwei, da habe ich eins. Das ist so nicht, dass ich das mache. ob ich das jetzt so mache, ob ich hier 3, ob ich hier 2, ob ich hier 2, ob ich hier 2, ob ich hier 2 Da oben fehlt mir aber dann 1 So, Aua Was ich hier 2, ich hier 1 So mach Hier 2, 1 Hier fehlt mir noch 1, das könnte ich auch von Hier könnte ich nicht Das würde ich so machen Und dann Da 1 hin mache, dann habe ich hier 2 Dann habe ich 1 Ich könnte 1 dahin machen Und 1 dahin machen Habe ich hier 2, 2, 2, 2 3 Blame ist gerade die 2 hier Hätte bei der 3 noch die Möglichkeit, dann müsste ich aber das weg Ich denke, das würde dann auch nicht mehr passen Wie soll ich euch da ein tun? Und es würde dann auch hin Und es würde dann auch 2 hin Zwei, zwei, drei, 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 vier. Drei, 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 vier. 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 Drei, drei. Drei, drei, vier. Drei, drei, vier. Drei, drei, vier. Drei, drei, vier. Drei, drei, vier.